hi leute und herzlich willkommen zum ersten richtigen teil der doomsday challenge ja es ist 8 uhr 29 am morgen und ich werde wie ich im letzten im ersten part in der einleitung schon erzählt habe erklärt habe werde ich jetzt erzählen was wir den tag über machen müssen also ja es gibt noch keinen t12 schwellenwert also müssen wir nicht würfeln es ist der erste tag des des der sims wir haben uns ja im letzten part einen kaffee eingeschenkt und uns im radio um 6 uhr morgens irgendwann noch mal die nachrichten angehört und jetzt ist 8 uhr morgens und wir hören noch mal die nachrichten oder sehen die nachrichten und zwar wird berichtet dass die stadt es erlaubt in notfällen eben wie heute ist ja auch ein notfall lebensmittel und bücher und eben ressourcen lebensmittel zu sich zu kaufen in einem notfall außenposten des supermarkts und des buchladens die lebensmittel sind allerdings begrenzt deshalb darf jeder haushalt nur 300 simoleons für lebensmittel ausgeben und maximal 700 simoleons im buchladen das heißt ja wir müssen unbedingt shoppen gehen allerdings werden die bewohner straße für straße nach draußen zum laden begleitet das bedeutet unsere straße wird um vier uhr nachmittags bis 6 uhr 30 also bis halb sieben uhr abends dürfen wir draußen sein danach werden die straßen blockiert und man wird falls man nicht nach hause kommt von der polizei aufgesammelt und alle gegenstände werden konfisziert das heißt wir müssen unbedingt um vier uhr sofort zum supermarkt gehen und zum buchladen und uns sachen kaufen und dann am besten um fünf uhr dreißig oder um fünf uhr dreißig so dass wir um kurz nach sechs wieder daheim sind weil das wäre echt schlimm wenn wir nichts machen dürften die notiz ist dass sammelgegenstände also sammelgegenstände behalten werden können also beispielsweise wenn wir jetzt eine karotte finden oder ein karottensamen dann dürfen wir den behalten und später am abend wird die nachricht veröffentlicht dass in einer nachbarstadt die ersten fälle des t12 virus entdeckt wurden und dass die dass die offiziellen also die chefs von moonlight falls empfehlen sich auf das schlimmste vorzubereiten mit dieser schönen nachricht von diesem tag werden wir natürlich starten hier der gute derrick hat die nachrichten gesehen er möchte in die gesetzeshüter karriere eintreten das geht leider nicht einen blumentopf kaufen brauchen wir jetzt auch nicht zwingend wir haben definitiv noch genug samen hier du könntest aber mal gleich hier anfangen den garten zu pflegen und zu ernten die gute veronika malt hier schon mal ein wenig weil ihr lebenswunsch ja ist also ja neue schule ja das wollte ich gerade sagen dass reina sich anmeldet für homeschooling also den unterricht zu hause und ja das ist jeden tag und wir werden diese karriere annehmen sie muss am sonntag um 10 uhr am ort gemeindepalast erscheinen das werden wir dann wahrscheinlich nicht tun ich denke mal da muss sie dann prüfungen schreiben ach so oder jetzt um 10 uhr ich verstehe das nicht so ganz in zwei stunden ja dass das geht dann eben das ist dann eine ausnahme so du willst jetzt hier computerspiele spielen das kannst du mal machen aber du solltest vielleicht einfach mal ein bisschen gitarre spielen stattdessen du kannst jetzt hier aufhören fernzusehen und du möchtest schon die fähigkeit geschicklichkeit lernen einen kurs werden wir hier natürlich nicht belegen aber das kann bestimmt nicht schaden hier die geschicklichkeitsfähigkeit aufzubauen da kommt das universitäts maskottchen das kann uns so ziemlich egal sein das ding packen wir dann in den familieninventar oder wir verkaufen es gleich wo ist es denn jetzt aufgetaucht und die zeitung die werden wir natürlich abbestellen gleich mal das kannst du dann mal machen veronica hier dienste dienste anrufen ja was ist mit dir du maskottchen also da ist es okay das werde ich einfach verkaufen weil geld ist ja egal so du möchtest die stylisten karriere einschlagen nein straßenkünstler nein blumentopf kaufen nein so und derrick hat einen weinstock abgeerntet das ist schon mal sehr gut also hiermit können wir uns auf jeden fall gut über wasser halten und ich habe auch eine mod installiert die sagt dass dass man nicht vom kühlschrank kauf einkaufen kann deshalb bin ich jetzt mal gespannt hier ist auch nichts drin okay das heißt der kühlschrank ist komplett leer ja das ding werde ich auch mal gleich verkaufen das will ich nämlich nicht dankeschön und das dürfte jetzt an menge genug sein dann werde ich jemand derrick gerade den kram hier schon in den kühlschrank packen die und jetzt können wir was können wir denn hier kochen kein herbstsalat hier brauchen wir kopfsalat für und für waffeln brauchen wir okay das heißt im salat haben wir denke ich mal genug weil wir haben ja hier salatpflanzen oder hier wird schon wenn das ist wassermelone was haben wir hier wassermelone 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 aber wir haben aber viele wassermelonen weinstock 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 hier haben wir kartoffeln und tomaten alles tomaten okay hier haben wir geister chili paprika salatpflanzen und zwiebeln und dann haben wir hier einen apfelbaum einen limonen baum einen apfelbaum und dann haben wir hier so verteilt noch diese pilze giftpilze werden wir wahrscheinlich besser nicht essen dann hier roter baldrian eisenhut aber das hilft uns glaube ich nicht zum kochen weiter mit dem universitätsmaskottchen werden wir nicht interagieren weil wir es nicht berühren wollen du hast hier schon gleich fertig geübt das ist doch perfekt wir haben jetzt mit der wassermelonen und kartoffeln das heißt das packe ich hier auch alles schon in den kühlschrank denn wir müssen das unbedingt im inventar in den kühlschrank packen denn das ist so 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 wichtig und wir können ja auch zur not sachen aus dem inventar aus kühlschrank rausnehmen und dann essen beispielsweise eine wassermelone rausnehmen und essen so dann haben wir tomatenstrauch geerntet das ist auch gut so du rainer bist hier noch am üben und ich würde sagen danach kannst du mal vielleicht schon mal ein bisschen trainieren und zwar ausdauertraining denn wir wissen ja oder wir haben erfahren jetzt werden wir mal die zeitung abbestellen zeitungsdienst abbestellen ja zeitungslieferungsdienst abbestellt genau dann werden wir hier mal auch mit dir trainieren denn ja wir haben ja erfahren dass wie gesagt die fähigkeit malerei lernen ja an der universität werden wir uns nicht einschreiben und die fähigkeit erfinden lernen können wir auch mal aktivieren hier das wollte ich jetzt sagen dass die athletik fähigkeit dabei hilft besser zu überleben wenn man krank geworden ist deshalb ist es sehr gut hohe athletik fähigkeit eine hohe athletik fähigkeit zu haben das wird wahrscheinlich mit rainer ziemlich blöd weil sie ist ja hier was sie denn hier stubenhocker in deinem sim macht fernsehen jede menge spaß er mag es lange zu schlafen ja deinem sim würde es im traum nicht einfallen sport zu treiben das ist natürlich sehr schlecht das heißt rainer hat schon mal wahrscheinlich nicht ganz so hohe überlebenschancen du möchtest die fähigkeit gitarre lernen das kannst du machen das antike gewölbe besuchen werden wir mal nicht machen mit dir das dauert glaube ich zu lang und du möchtest eine textnachricht ans barrow boy schicken so haben wir jetzt schlechte laune mit dir ich mach mal die musik auf niedrig sie würde es nur niemals freiwillig machen okay das ist doch aber auch gut dass wir das schon mal wissen hier die wird auch trainiert hier du bist noch am abernten was erntest du denn hier jetzt gerade ab die tomaten das ist gut ich glaube dann mache ich das mal ein bisschen schneller allerdings sollten wir uns um vier direkt aufmachen zum supermarkt ich hoffe dass das jetzt nicht so lange dauert das abernten ich glaube wir sollten vor allem auch mit allen dreien losgehen weil dann können die anderen kann einer in den buchladen der andere in den supermarkt ich denke mal die dritte person muss vielleicht nicht zwingend ich mache mal hier wieder auf langsamer und du stinkst ja das ist gut dann gehst du jetzt duschen dann gehst du jetzt baden mal schauen ich hoffe das dauert nicht allzu lang du stinkst auch schon dann ja bis 16 uhr wirst du das dann hör mal auf damit und nimm ein bad und du stinkst wahrscheinlich auch schon fast das ist natürlich ungeschickt dann macht das doch so ich glaube es wäre vielleicht auch gar nicht schlecht wenn ihr euch wenn wir eine dusche kaufen würden der reka champignon abgeerntet das ist doch super dann müssen wir auch rezepte kaufen das wäre vielleicht auch gar nicht schlecht und hier gibt es aber geld brauchen wir jetzt nicht zwingend wir haben ja genug dann packen wir mal eben schnell den ganzen kram hier in den kühlschrank die zwiebeln ist das geister chili das ist gefährlich da müssen wir aufpassen wenn wir mit geister chili kochen wegen der schärfe dass uns nicht die bude abbrennt wir können nichts kochen wir brauchen kopfsalat haben wir theoretisch würstchen für hotdogs tofu käse okay das heißt gemüse ist jetzt gar nicht so das problem sondern viel mehr sind die rohstoffe das problem ich hoffe die sind nicht allzu teuer das wäre sonst echt ärgerlich und es ist gleich vier uhr das heißt du hörst mal auf zu duschen du bleibst vielleicht mal daheim und ernt ist hier weiter ab hier du kannst mal hier dann jetzt den garten pflegen und du gehst mal schon mal hierhin irgendwie so hierhin vielleicht damit wir dann sofort mit veronika jetzt losgehen können genau das machen wir jetzt dann gehen wir jetzt zum aha sie sie geht zum buchladen sie kauft bücher und du derek du kaufst im lebensmittelgeschäft lebensmittel ein und ja dann müssten wir hier eben ausrechnen aufpassen dass wir nicht zu viel ausgeben denn das dürfen wir nicht und ja was machst du hier du duschst schön vor dich hin das lohnt sich eigentlich nicht jetzt zu duschen weil du sowieso danach wahrscheinlich noch mal dreckig sein wirst er baden meinte ich natürlich fahren lernen wird nichts denn die straßen sind gesperrt fernsehen willst du ein kurs in der fähigkeit gitarre belegen bringt dir auch nichts ja wie sieht es hier aus fährst du jetzt dann mal langsam los du nimmst ein taxi okay lebensmittel haben wir schon hier ich würde sagen wir kaufen mal zwei kopf salate fische brauchen wir denke ich nicht aber wie gesagt wir brauchen backen werden wir wahrscheinlich sowieso nicht das ist alles viel zu teuer dann schauen wir doch mal nach erzeugnissen sind das erzeugnisse die wir hier brauchen wie heißt das hier fleisch und käse tofu ist billiger als fleisch okay das ist gut zu wissen steak ist richtig teuer das heißt wir kaufen erst mal acht eier ich bin mir nicht ganz so sicher dann vielleicht würstchen machen wir auch mal hier acht dann käse okay ist teuer mensch und dann was brauchen wir denn hier was gibt es denn hier braten wir können noch mal je nach den rezepten schauen okay das geht nicht gut dann werde ich hier weiter bis 300 wir werden es aus maxen tofu werden wir vielleicht doch wir werden mal tofu kaufen weil es billiger ist als als fleisch dann würde ich vielleicht sagen wir nehmen ein bisschen weniger würstchen nur fünf und dann können wir noch mehr käse holen käse und ich denke aber das eier auch noch sehr wichtig sind shit okay jetzt haben wir zu viel dann müssen wir vielleicht holen wir mal ein tofu weniger so 297 können wir noch irgendwas für drei simoleons kaufen nein das kostet alles fünf ach so ja kerzen vielleicht wären eigentlich auch sehr 65 simoleons okay dann würde ich sagen lassen wir die würstchen weg und holen hier mal shit ein bisschen weniger und machen dann neun immer noch sechs simoleons dann ein kopf salat noch 301 das gibt's doch nicht eine kerze können wir nur kaufen oh gott dann holen wir keinen kopf salat der wird ja dann am nächsten morgen sowieso wach sein gereift sein 296 simoleons so dann haben jetzt immerhin eine kerze mehr und werden diese objekte kaufen und jetzt ist 16 27 das heißt wir haben noch ordentlich krams ich werde mal das hier schon mal alles in den kühlschrank obwohl das können wir jetzt nicht machen weil falls wir zu spät dran sind werden werden alle unsere sachen konfisziert können wir denn hier mit leuten interagieren einfach nur mit ihnen reden wer bist du denn hier du bist ja janet pock dich können wir doch mal so mit dir können wir nicht reden dann können wir doch mal hier peanut ivy warum können wir denn nicht mit denen reden ich glaube wir können eigentlich überall hin heute oder weil jetzt dann sollten wir vielleicht wo können wir jetzt noch hingehen was sollten wir unbedingt noch machen theoretisch können wir doch okay wir können nur hier bei den sachen einkaufen wir könnten beim imbiss noch irgendwas machen kochen unterricht schon mal teilnehmen aber 400 simoleons und ich weiß nicht wie lange das dauert das ist zu riskant dann würde ich sagen gehen wir hier mal kurz zu dem zu dem kommissionslager und schauen was es hier gibt so dann gehen wir hier noch gleich einkaufen das kann auch nicht schaden denn ja das kann einfach nicht schaden so du bist jetzt dann gleich beim beim bücher laden dann schauen wir mal also unterhaltungsbücher brauchen wir eher weniger vielleicht ein schwangerschaftsbuch wie viel kosten die diesen wahrscheinlich richtig teuer ne 700 simoleons können wir maximal ausgeben ein schwangerschaftsbuch kostet 300 simoleons das ist sehr teuer ich packe es mal rein und dann fähigkeit geschicklichkeit eins brauchen wir nicht das ist ja schon kochen band eins brauchen wir nicht aber kochen 2 ist vielleicht wichtig wo ist es denn kochen 2 kochen 2 hier 500 simoleons kostet das ne dann nicht kochen 2 das tut mir leid dann müssen wir hier nach äh angelbüchern schauen schauen wir doch mal hier nach ähm sardellen und eritzen stibitzen kann nicht schaden und dann natürlich rezepte hier ham sandwich fried tempeh das ist ja alles schön und gut und billig aber hier haben wir sowieso nicht die zutaten für äh gibt es hier noch irgendwas deutsches bacon and eggs chili con carne das kaufen wir mal ratatouille das kaufen wir mal äh vegetarisches chili das kaufen wir mal ähm hallo gibt es hier wo sind denn rumballs raisins pork momo das ist glaube ich ähm mocha karamell vanilla ham bla bla hazelnut blueberry meine güte sind das viele rezepte vegetarische fisch und chips dafür brauchen wir bestimmt tofu ne dann machen wir mal das pilz omelette obwohl vegetarische fisch und chips würde ich weglassen und dann normale fisch und chips packen ähm dann frucht parfait weil obst haben wir genug und dann würde ich sagen packen wir halt das hier weg älritzen stibitzen dann haben wir 675 simoleons können wir noch ein comic irgendwie für billig kaufen oh ja hier mensch gibt's billige gut dann ähm schauen wir doch hier mal wir haben noch 525 simoleons dann kaufen wir doch mal hier 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 und den lamamann und dann vielleicht noch die famose frau obwohl quickfoot hört sich cooler an ähm die selbstlose riege famose frau lamamann maya das zuckersüße bla das kann weg ähm dann holen wir mal quickfoot noch und dann haben wir genau 700 simoleons ausgegeben und würde ich sagen dann gehen wir zurück und was können wir denn mit dir jetzt noch machen können wir nicht irgendwo noch hingehen wir könnten hier bei alistas elixiere und mehr noch einkaufen gehen hier können wir auch was kaufen in der ding star da werden wir auch mal kaufen und dann werden wir so schnell wie möglich und dann würde ich wieder zurückgehen so du bist hier am hinfahren das ist schön wir haben jetzt noch eineinhalb stunden knapp dann schauen wir mal eben was machst du du bist hier noch am abernten okay perfekt ja so mal schauen was es hier gibt vielleicht gibt es hier noch billige bücher denn sonst wurde ja nichts gesagt wir können hier glaube ich kaufen was wir wollen weil ja nur der buchladen begrenzt war erfinden band 2 den aufsammler den brauchen wir ganz dringend so können wir super super schnell ernten und eine zweite gitarre kochen band 3 kann auch nicht schaden und das andere vielleicht noch ein räucherwerkhalter ja den brauchen wir nicht zwingend ähm hier vielleicht noch so ein johann von entington wenn es hier eine kerze gäbe wäre das super ne gibt es leider nicht kerzen können wir nicht selbst herstellen was ich sehr schade finde weil wir bienenwachs haben und theoretisch müsste man dann ja da auch bienenwachs herstellen können aber wir werden hier die objekte kaufen und uns jetzt mal schon mal auf den weg zurück machen mit dir du bist hier am reden das ist perfekt vielleicht gibt es ja hier was nettes zum einkaufen das alchemie band 1 bienenwachs helmlinge rezeptbuch für fortpflanzungs elixier die sachen werden wir wahrscheinlich gar nicht sammeln hier gibt es nichts was uns nützlich ist glas voll zwietracht rank und schlank nee das brauchen wir alles nicht weil das ja nicht unbedingt uns weiterhilft dann werden wir hier aufhören aber wir können doch hier mal mit der lieben bianca knautsch gesicht sie freundschaftlich begrüßen ich hoffe dass es dann nur winken und nicht irgendwie die hand geben weil ich glaube wenn wir jemanden natürlich ist es die hand geben aber jetzt ist ja noch kein schwellenwert das heißt wir werden noch nicht krank dann werden wir sie mal hier kennenlernen nach ihrer karriere fragen und schakka machen bis wann ging es bis 6 30 ich muss noch mal ganz kurz nachschauen die ausgangssperre ging wir hatten frei bis 6 30 okay dann können wir jetzt noch ein bisschen hier plaudern und wenn wir barsch begrüßen berühren wir dir dann das wäre die frage ne dann müssen wir unbedingt charisma 1 lernen um leute kennenzulernen so dann haben wir jetzt immerhin die gute schon mal kennengelernt und dann gehst du danach nach hause ne du solltest vielleicht doch jetzt schon nach hause gehen seid ihr jetzt mal langsam fertig hier mitreden perfekt dann gehst du jetzt nach hause und das dürfte ja schnell genug gehen du bist hier schon wieder daheim das ist perfekt genau dann duschst du jetzt du hast die ganzen sachen bekommen die du wolltest das ist perfekt dann packe ich das jetzt alles in den kühlschrank den ganzen kram und was hast ach ja den aufsammler hattest du auch noch hier genau dann hatten wir ein bücherregal bei den eltern im schlafzimmer was ich sehr doof finde ich glaube das packe ich nachher ins wohnzimmer noch weil das sieht total doof aus wenn das da ist und nicht woanders dann hier die gitarre die ist für die mutter denn die wünscht sich ja auch gitarre zu spielen du duschst hier wir haben hier eine kerze wir haben hier eine kerze hier dann würde ich sagen packen wir mal vielleicht noch hier ist der kamin an das heißt hier haben wir auch licht hier in die küche vielleicht noch eine kerze irgendwie so in die mitte und die können wir dann ja auch anzünden aber ich glaube es wäre vielleicht besser das irgendwie hier hin zu stellen ich habe keine ahnung wo die kerze ich glaube nämlich dass es auch anfangen kann zu brennen wenn die wenn die kerze gott hoffentlich schaffen wir das rechtzeitig nach hause ne komm schon komm schon komm schon bitte ich möchte die bücher nicht abgeben müssen ja gott sei dank wir sind daheim alles ist gut du darfst jetzt dann auch mal duschen anstatt fernzusehen wirst du hier baden meinte ich natürlich brainy ey du gehst jetzt hier baden dann packen wir den kram hier in das in den kühlschrank den apfel die rote baldrian wurzel und den eisenhut obwohl wir damit nichts kochen können aber dann würde ich sagen werden wir hier gleich mal abendessen servieren brauchen wir dann hier mehr für ne ich glaube wir brauchen trotzdem nur ein kopf salat deshalb das ist eigentlich sehr praktisch dann würde ich sagen werden wir hier tofu hotdogs servieren da gibt es dann halt mal was vegetarisches ist ja auch völlig egal und du möchtest dann etwas säubern die fähigkeit athletik lernen das kannst du dann natürlich auch noch tun jetzt sind schon 26 minuten rum mensch das geht echt erstaunlich schnell dann packen wir mal hier noch den johann von entington dazu dann hat der hier dann kriegt man hier wenn man badet eine gute gute laune bekommt man dann und du wirst danach hier gitarre spielen bis du es kannst obwohl dann wird wahrscheinlich die gute veronika schon gekocht haben was machst du hier kochen schön die bürstchen salzen aber das ist doch jetzt vegetarisch oder das verstehe ich jetzt nicht ganz was machst du jetzt hier du wirst jetzt nicht computerspiele spielen bitte sondern du wirst mal hier ähm du kannst mal lesen genau ich mach das jetzt schnell dass ich das bücherregal nach unten packe denn ähm das ist ein bisschen merkwürdig das gehört da eigentlich nicht hin deshalb würde ich auch sagen kommt dieses sofa weg das brauchen wir nicht zwingend und hier kommt dann das kleine bücherregal hin das ist auch hübsch eigentlich ist das ein bisschen arg klein ne aber egal ich lasse das jetzt hier wird das noch schnell einfärben passend so ja das passt auch so dunkel ähm und dann wirst du hier mal einfach schon mal ein bisschen was lesen und zwar wolltest du ja geschicklichkeit lernen eine waschmaschine werden wir nicht kaufen ein vampir treffen kannst du dir abschminken weil wir niemanden treffen werden weil wir ja hier in quarantäne sind aber bevor du hier anfängst zu lesen wirst du dir erstmal was zu essen holen mhm wie sieht's aus mit klo ja du nimmst dir hier du rufst mal hier den haushalt zum essen genau das ist doch perfekt dann hörst du auf gitarre zu spielen bitte und danach muss alle müssen alle aufs klo also du isst dann gehst du aufs klo dann badest du oben ein bad nehmen und dann wolltest du nochmal malen das kannst du natürlich auch machen dann werden wir das gemälde hier verkaufen und dann kannst du nochmal ein kleines bild malen ne das werde ich über den inventar verkaufen weil das geht schneller jup und dann wirst du nochmal hier ein kleines gemälde malen und die hot dogs kommen sofort in den kühlschrank damit die nicht schlecht werden so dann wirst du hier du musst nicht aufs klo doch du musst auch aufs klo dann gehst du hier oben aufs klo und du wolltest geschicklichkeit lernen dann ähm tu das lesen geschicklichkeit und du wirst dann hier nach dem essen auch aufs klo gehen und dann willst du fernsehen und gitarre lernen hast du die gitarre jetzt im inventar ne dann pack ich die dir mal dahin so jetzt ist die im inventar und du bist jetzt auch fertig das ist natürlich ein bisschen doof jetzt ähm dann kannst du doch mal hier einfach abspülen das ist auch echt gut das müssen wir eigentlich ähm uns merken dass die gute reina die teller auch sauber lecken kann und dann nämlich kriegt sie nochmal hunger davon das heißt das ist sehr gut falls wir mal kein essen mehr haben dann soll sie einfach einen teller sauber lecken das geht dann auch dann gehst du hier aufs klo spielst noch ein bisschen gitarre und ja dann denke ich mal werde ich jetzt hier gleich den part beenden ähm die haben ja alle jetzt zu tun hier das ist doch perfekt ja dann hoffe ich dass dieser erste teil der doomsday challenge euch gefallen hat und ich bin so gespannt wie es weiter geht ich hoffe ich komme die tage noch zum aufnehmen ähm ja wir sehen uns in einem neuen video tschüss mit mit Untertitelung des ZDF, 2020